Ein ärmlich gekleideter Mann betrat ein teures Restaurant für eine Wiedersehensfeier. Doch seine ehemaligen Klassenkameraden wandten sich von ihm ab und taten so, als ob sie ihn nicht erkannten. Die Tafel mit seinem Namen wurde immer wieder von Tisch zu Tisch geschoben, denn niemand wollte neben jemandem sitzen, der so arm aussah. Hört auf damit! Ihr seid gemein! Becky versuchte, die anderen Gäste zu beschämen, aber es hat nicht funktioniert. Lade ihn an deinen Tisch ein, wenn du willst. Der Mann saß neben Becky. Er war froh, sie wiederzusehen. Aber er wagte nicht zu sprechen. Kaum hatte er den Mund aufgemacht, wurde er von einem Toast unterbrochen. Die Direktorin der Schule betrat die Bühne und nannte voller Stolz alle Absolventen, die erfolgreich geworden waren. Anwälte, Politiker, Pharmazeuten, Banker und ein Träumer. Alle drehten sich um und zeigten mit dem Finger auf den Mann in der Latzhose. Das ist nur natürlich. Jeder macht das, wofür er studiert hat. In der Oberschule dachten die Lehrer, Chris sei unbegabt. Er saß in der letzten Reihe, starrte aus dem Fenster und träumte davon, die Welt zu bereisen. Chris, die Zeit wird knapp. Hast du etwas erreicht? Die Direktorin interessierte sich dafür, was der Träumer beruflich macht. Und Chris sagte, er habe genug zum Leben. Das nennst du Leben? Die Gäste lachten, aber die Direktorin wartete immer noch auf eine Antwort. Sie versuchte, mehr über Chris' Beruf zu erfahren. Plötzlich wurden sie durch das Geräusch der Eingangstür unterbrochen. Eine sehr verwirrte Lehrerin stand da und behauptete, dass jemand seinen Lastwagen vor dem Eingang geparkt hatte und dass der Lieferant den bestellten Kuchen nicht bringen konnte. Chris entschuldigte sich, holte seine Schlüssel heraus und ging, sein Auto wegzufahren. Hey, Chris, schönes Auto. Wenn du obdachlos wirst, kannst du wenigstens darin schlafen. Die Direktorin, die Beckys Mutter war, ging zu ihrem Tisch hinüber und machte sarkastische Bemerkungen. Gut, dass ich dich davon abgehalten habe, mit ihm zusammen zu sein. Du hättest jetzt die Frau eines Lastwagenfahrers sein können. Becky erwiderte leise, dass ihr Verlobter, den ihre Mutter für sie ausgesucht hatte, sich als Schurke entpuppte. Und dass ein armer Träumer besser sei als ein Betrüger und Verräter. Becky brach in Tränen aus und ging weg. Als sie draußen war, sah sie Chris seinen Wagen parken. Sie sprach ihn an und schlug vor, dass sie die Party verlassen sollten, irgendwo hingehen und reden. Allerdings hatte er etwas anderes im Sinn. Aber ich weiß nicht, wie du darauf reagieren wirst. Chris stieg aus dem Wagen aus und ging hinten herum. Nachdem er die Plane entfernt hatte, bot er Becky an, ihren Traum wahr werden zu lassen. Ich weiß, du hast eine harte Scheidung hinter dir. Also will ich dich nicht drängen. Becky konnte nicht antworten, denn sie wurde von ihren ehemaligen Klassenkameraden unterbrochen. Sie ging nach draußen und begann, die Szene zu kommentieren. Genug Chris, du hast die Yacht ihrem Besitzer gestohlen. Plötzlich bemerkte jemand, dass Chris Initialen nicht nur auf dem Lastwagen, sondern auch auf der Yacht standen. Er war der Besitzer des Unternehmens. Wahnsinn! Das ist eines der größten Unternehmen auf dem Markt. Ich träume schon mein ganzes Leben davon, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wo ist meine Visitenkarte? Die Direktorin lud Chris an ihren Tisch ein. Aber er und Becky kehrten nicht in den Saal zurück. Am nächsten Morgen erhielt Chris Dutzende von Benachrichtigungen von seinen ehemaligen Klassenkameraden, die ihm alle Freundschaftsanfragen schickten. Aber er war sehr damit beschäftigt, auf einer Yacht über den Ozean zu segeln. Mit der Frau, die er sein ganzes Leben lang geliebt hatte. Dein Traum ist Realität, die nur darauf wartet, dass du sie verwirklichst.